Hallo meine Liebe, ich habe für dich drei wichtige Fakten zur Meditation, damit deine Meditation dich einfach glücklicher macht, gesünder macht und sich besser anfühlt. Ich bin Britta, ich bin die Gründerin der Yoga-Insel. Auf meinem Kanal gibt es Tipps und Tutorials für unbewegliche Yoga-Anfänger. Tipp Nummer 1, such dir wirklich eine Sitzhaltung, die bequem ist. Also wo du nicht das Gefühl hast, du sitzt irgendwie krampfhaft, wo dir die Schultern hier irgendwie wehtun, wo dir der Rücken wehtut oder wo dir sonst irgendwas wehtut. Und dazu kannst du dir auch gerne mal ein Video entspannt sitzen in der Meditation ansehen, das findest du hier. Tipp Nummer 2, meditiere, wenn es geht, in den frühen Morgenstunden, denn direkt nach dem Aufstehen ist der Geist noch besonders ruhig und die Gedanken schwirren und klirren noch nicht so durch die Gegend. Und es wird dir morgens bedeutend leichter fallen zu meditieren, als es den Tag über ist oder am Abend ist. Das heißt nicht, dass es zu einer anderen Zeit schlechter ist, aber wenn dir der Geist so ein bisschen entfleucht in der Meditation, dann ist das eine gute Möglichkeit. Und dann kommen wir auch schon zu Tipp 3, wenn es dennoch so ist, dass der Geist unruhig ist und du möchtest etwas dagegen tun, dann hilft dir eine Atemübung. Also die tiefe Bauchatmung, auch dazu habe ich ein Video gemacht, oder auch die Wechselatmung, auch dieses Video verlinke ich dir hier unten in der Beschreibung. Mit diesen drei Tipps wird deine Meditationspraxis in jedem Fall schön und entspannt sein. Du wirst Fortschritte machen und wirst dich wirklich jeden Tag besser fühlen. Bis zum nächsten Mal meine Liebe, bleibt großartig!